ja hallo leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge commandlock city mit dabei nicht der simon allerdings ein paar andere minecrafter einmal die lillyfee einmal der alex einmal der creative die gerade alle die corona regeln hier gebrochen haben zumindest die beiden ja ich wurde hier ein bisschen bedrängt ja ich baue hier mein parkplatz fertig und baue hier häuschen ich war also ich richtig das haus alex diesen baukommand den hat es hat sehr wahrscheinlich dadurch dass ich immer einen commandlock geschrieben hat genau ist ein commandlock hier in der nähe ich habe den einfach abgespeichert also warte ich will mir einfach ein ich bin gleich wieder da ich bin schon da ich bin schon ja ich bin nicht da ja ich komme ich habe hier drei commandlock hingestellt mit commands hier kannst du aussuchen jeweils habe ich glaube ich fast auch geschafft so hier gar nicht weit entfernt ich habe nur knapp eine minute in dem roten haus auf der commandblock noch mal drin gewesen ups ups salam so habe ich den büffel auch den habe ich gar nicht ausgeführt so dann haben wir hier ein baum dann gehen wir noch hin slash replace aber die ganzen diamantlöcke durch das holz und schon haben wir einen kleinen baum hier stehen die das ganze ein bisschen hübscher macht hier haben wir einen unnatürlich schwemmenden parkplatz auch nice ja dann holen wir die tür hin kommt hier die tür hin mir ist auffallend du brauchst bei 90 prozent gefühlte häuser keine tür rein ähhhhh wo ist denn zum Beispiel hier beim roten haus eine tür ähhhhh leiter neben balkon und dann rein in die büder ach so ja das ist okay das ist okay ja genau standard aus welchem jahr kommst du denn 2063 und da geht man noch durch türen nee wir fliegen da mit dem hoverboard durchs fenster rein ah cool siehst du geht hier auch ja so ich lasse zum ersten mal hin ein haus einrichten und das auch noch in der folge da haben wir ein hashtag der verdächtig nach dem discord hashtag aussieht ne game ok ja wie dem auch sei dann naja mal hier in die tür rein wir schauen mal wie wir das ganze beleuchten nehmen stufe am besten eine dunklere low stone skype game 2077 soll 2020 raus kann man auch nice hashtag werbung hatten wir ja auch in den vergangenen tagen fälle auf die ich nicht weiter eingehe alle wissen bescheid aus und an dieser stelle war jetzt ein peepston hoffentlich ja hoffentlich kennt die people hier aus dem team ich hab dem jetzt meine lache übertragen der lacht ist auch so komisch der hat so oft mit mir geredet und ich hab den immer so gelacht und das lachte seit dem meisten auch mittlerweile so ja das ist ja noch okay muss jeder für sich selbst entscheiden gehen wir hin zack 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 solange er nicht die arbeit vom musik bot in schlecht übernimmt ist es okay Das ist ja unser in Anführungszeichen Profisänger. Anführungszeichen. Ganz wichtig betonen, Anführungszeichen. Ja, dann ich mache immer so ja und hoffe dann, dass in meinem Gehirn irgendwas einfällt, worüber man reden kann. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und die EU? 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 UUUU. In der Wohnung ist ein bisschen wenig Platz. Fühlt ihr sich auch? Bissi- Sollte doch passen. Drei Stock, drei, vier, vier Stockwerke. Sollte doch gehen. Aber das ist, ähm... Die manipuliert meine Haustür. Nein, mache ich nicht, aber ich brauche Platz. Hier nimmst du eine Spüle hin. Ja, dann geh doch ein Stockwerk höher. Da ist auch kein Platz. Ich brauche eine Wand, wo nicht so viele Fenster sind. Ja, da sind doch zwei Wände oben. Oh Gott. Zecke, meine Häuser werden hier immer komisch manipuliert. Hier kommt aber das Schlafzimmer rein. Es gibt vier Stockwerke. Oh ja, danke. Kein Kommentar. Ich bin klar geworden. Ganz schlau. Mal wieder. Intelligenz. Bestie. Nein, alles gut. Jeder macht Fehler. So, haben wir die... Genau, ihr ist genau richtig. Nein, hier haben wir die erste Wohnung. Ja. Ja. Was brauchst du deine Wohnung so? Um... Ah. Ich geh jetzt mal bei der *** spinzen und da war wieder ein Piepton. Ich hab den E-Haus aufgebaut. Ich schwarz gar nicht anders. Ich hab ein Namensproblem, dass ich immer die echten Namen sage. Es gab mal jemanden, da hab ich immer den Spielernamen gesagt, dass ich super aufgeregt bin. Kann sein, dass sich dieser Name so eingeprägt hat bei dir. Und dann... Neuerdings... Verkacke ich dir mal den Usernamen zu verwenden. Bei Personen, die ich lange kenne. Gut, dass ich den bei kreativ vergessen habe und Alex das in Ordnung findet. Ja. Ja. No hate. Aber wie gesagt, hat aktuell sein Vorteil. Es wäre wieder der Moment, wo meinem Gehirn irgendwas Schlaues einfallen müsste, aber nichts kommt. Dann kommt man hier rein. Ich würde sagen, wir unterteilen das Ganze in zwei Zimmer und... Ne, drei Zimmer. Warte, wie mach ich das so mit dümmsten. Wir brauchen noch ein kleines Bad, ein Schlafzimmer, das wird eine Einzelwohnung. Und ja, dann würde ich das Ganze so aufbauen. Zunehmend ist jetzt... Ich finde diese Stufen zu dunkel, daher würde ich sagen, nehmen wir einfach mal hellere. Ja, logisch. Ja. Wir haben alle ganz viel Spaß, ne? Ja, klar. Ja. René zwingt uns auch nicht, dieses Video zu machen. Das habe ich echt nicht gesagt. Nein. Es gab auch Leute, die wollen mitmachen, habe ich gesagt. Nee. Hilfe. Er zwingt uns. Gar nichts. Was sind das hier für Lügen? Ja. Es gab keine Überflutung. Ich habe Wasser platziert und es gab keine Überflutung. Das ist etwas Neues. Wirklich? Ja, voll krass, ne? Oha. Einmal arbeiten mit Profis und alles geht gut. Das kann man sich nicht vorstellen. Na, dann kommt er zu uns nach Hause. Weil er auch ganz genau weiß, wo wir wohnen. Bei keinem von euch. Ich war bei Lady Fee. Naja, jetzt wissen alle, dass ich in einem Naturschutzgebiet wohne, ne? Ja, davon ist ja auch viel. Ich betone das Lilifee jetzt extra, weil ich nicht das andere gesagt habe. Bau abgebaut. Deshalb betone ich es. Oder alle sagen gleich Lilifees Namen. Und dann darf Reni alles wegpiepsen. Es gab eine Folge, wenn ich die finde, ist die jetzt in der Infokarte. Da habe ich mal bei Siemens Video. Halt dich mal so die Idee. So ganz random. Lass einfach mal in Siemens Folge die ganze Folge mit Beleidigungen zu ballern. So dass das Video zum Schluss wirklich aus, sagen wir mal 30% nur Piepstonen bestand. Ja, ist doch eine gute Idee. Ich versuche es zu finden. Wir sind bei 12 Minuten. Wir sind viel zu lange. Ab Moderation. Echt schon? Damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen crazytastischen Daumen nach oben da lassen. Und wenn nichts mehr verpasst, würde ich auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.